Genau, also machen wir einen schönen Beatbox-Kurs. Normal Beatbox ist ja Imitation des Schlagzeuges, des Drums, des Herz, der Rhythmus, des Hip-Hops, verstehst du? Und man benutzt dazu erstmal eine Bass und eine Snare, man presst die Lippen fest zusammen und benutzt das Wort B oder Busen. Busen, Busen ist immer cool. Busen, Busen, Busen. Genau, und das heißt, man hat das Usen weg, macht man also aus dem Busen bloß noch Bu, dann hat man und wenn man das U auch noch weglasst hat, hat man die Bass alleine. Jetzt kann man noch eine Snare dazu machen, man nimmt das Wort Pfeil. Pfeil, 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 Busen, Pfeil, Busen, Pfeil. Und jetzt ohne die Wörter. Ja, und dann kommt die Mama und die sagt dann, also du kannst doch nicht immer nur Busen sagen. Und das ist die Hi-Hat. Und dann Busen, Pfeil, Busen, Pfeil. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich frage Leute, wo seid ihr? Tja, und wenn ihr die Links ausdreht, werd ich dicht nach Haus gehen, denn das Mikrofon bleibt hier. Ich greif zu und alles ist okay. Da brauch ich nur noch meinen, ihr wisst schon weh. Den Kerl, der die Platten verdreht, in dessen Schatten ich steh, ja ganz genau, Leute, mein ist's okay. Falls ihr den Typ nicht kennt, dann mal die Technik. Keiner der üblichen, aber verdächtig. Der ist der Boss, der kein Thema anklopft, sondern ein Fehler, der mich auf Hühlen zum Labern berechtigt. Mit Juggalie und Trance von da. All das ist für die Jungs schon ganz normal. Statt mit dem Schwanz zu prallen oder zu tanzen und malen, wollten sie cutten, alles stand so wahr. Ja, in der Tat, ja, sie wollten es so. Den verrauchten Club und die zu volle Disco. Ja, sie machen bei 80 Grad locker die Nacht zum Tag und stehlen damit uns freust die Show. Und meiner ist Raba UKE. Aber das ist nicht ganz wörtlich zu verstehen. Denn wenn irgendwas ein Ruf ist, dann die gelassene Schmuck ist. Solang's funky ist, na gut, okay. Bitte, bitte rette mir den Tag. Spiel Musik, die mich hier remacht. Gib mir den Sound, der hier drin kracht. Und so zerfeiern wir die Nacht. Na, was hab ich zu dir gesagt? Bitte, rette mir den Tag. Spiel Musik, die mich hier remacht. Ey, 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 sind DJs. So richtig ist gut, der DJ dreht wieder am Rad. Liefert die Cuts, die nicht jeder hat. Und mit jedem weiteren Backspin, da bleib ich am Texten und geb das Mic später ab. Ja, ich bleib am Texten mit jedem weiteren Backspin. Ich bleib am Texten mit jedem weiteren Backspin. Jedem Wucker Wucker, jedem, jedem weiteren Backspin. Und jedes Mic später ab. Ja, ist richtig, wir haben zwei davon. Aber auch mal rein, wir müssen weiterkommen. Es gibt ja noch so viele Sachen für uns Profis zu machen, doch das packen wir beide schon. Nur damit ihr's immer noch lauter kriegt, aber da bringt's kein vertrauter Beat. Denn auch wenn jede Lady geht, gibt es keine AV8, weil der DJ die Crow der zieht. Nein, das hat mit Schule nix gemeint. Das Geheimnis scheint im Mix zu sein. Klassiker und Hits mit seiner Sieg- und Tricksverein. Und dazu kriegst du mein Nächstenrein. Bis sie alle um ne Pause fleht. Aber deshalb nicht nach Hause geht. Weil das Ding in ja weiter, wollt ihr dringend dabei sein wollt. Und die Hälfte noch draußen steht. Bitte, bitte rette mir den Tag. Spiel Musik, die mich hier remacht. Die mit dem Sound, der hier drin kracht. Und so zerfeiern wir die Nacht. Na, was hab ich zu dir gesagt? Bitte rette mir den Tag. Spiel Musik, die mich hier remacht. Ey, 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 DJ. Bisher ist ja ganz schön neckig, der Beat. Und trotzdem bin ich schrecklich verliebt. Denn wir suchen mit staubigen Fingern nach den unglaublichen Dingern. Als ob es den Dreck nicht mehr gibt. Der DJ ist am Bock auf den alten Scheiß. Und find das Ding doch wie zum halben Preis. Checker, check eins, check zwei. Ey, Mirko, gib uns doch mal ein Beweis. Checker, checker, girl. Love the way he spins. Also darf ich mal fragen, wo hier die Ladies sind. DJ, try to be like you. Aber das wird nix, das ergibt keinen Sinn. Also frag nicht, wo, wann, wie, was ging. Du warst nicht da und das ist das Ding. Du warst daheim, wenn wir fleißig waren. Und kannst darum leider den Scheiß nicht haben. Hier kommt der Remix, hier kommt das Team. Cool Mann, Stylos und Mirko Machine. Um Wünsche zu erfüllen, keine Klischees. Menschlich, naja, aber geile DJs. Das war der funky großen Griff. Nicht auf PVC, nein, bloß am Stift. Doch ob Schmuck auf untertrieben oder dick auf untertrieben. Es bleibt immer ein Zwoos an Schrift. Deshalb nochmal ein Zwo, Drei, Vier. Ich frag bitte Leute, wo seid ihr? Ich denke, dass ihr jetzt versteht. Auch wenn der Letzte geht, ich und mein Best-Jockey bleib' hier. Bitte, bitte rette mir den Tag. Ich spiel Musik, die mich irre macht. Geh mir den Sound, der hier drin kracht. Und so zersfeiern wir die Nacht. Na, was hab ich zu dir gesagt? Bitte rette mir den Tag. Ich spiel den Sound, der mich irre macht. Hey, 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 DJ. Hey, hey, DJ. Hey, 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 DJ. Z-Z-Z-Z. Z-Z-Z-Z. Z-Z.